Hallo zusammen, heute werde ich Ihnen alles erzählen, was Sie über Diätolin wissen müssen, bevor Sie dieses Produkt tatsächlich kaufen. Ich habe auch zwei sehr wichtige Warnungen, also achten Sie genau darauf, was ich Ihnen zu sagen habe. Das Erste, was Sie über Diätolin wissen müssen, ist Achten Sie darauf, auf welcher Website Sie das Produkt kaufen, denn Diätolin wird nur auf der offiziellen Website verkauft. Und um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website hier unten in der Beschreibung dieses Videos hinterlassen, damit Sie sicher darauf zugreifen können. Jetzt verrate ich dir, was Diätolin ist und ob es tatsächlich wirkt. Diätolin intensiviert den Stoffwechsel des Körpers, sodass alles überschüssige Fett aus der Nahrung ausgeschieden wird, ohne absorbiert zu werden. Nach vielen Labortests haben Forscher festgestellt, dass es eine natürliche Formel mit konzentrierten Inhaltsstoffen gibt, die Ihnen hilft, Gewicht zu verlieren und Ihre Gesundheit zu verbessern. Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist in der Lage, den Stoffwechsel so zu korrigieren, dass alle von einer Person aufgenommenen Lebensmittel vollständig abgebaut und für die Bedürfnisse des Körpers verwendet oder ausgeschieden werden und sich nicht in Form von subkutanem Fett und Leberglykogen ansammeln. Also ja, Sie können diesem Produkt vertrauen. Tatsächlich gibt es viele Menschen, die mit dieser Ergänzung großartige Ergebnisse erzielen, und Sie können auch Ergebnisse erzielen. Etwas sehr Wichtiges ist, dass Diätolin eine Garantie hat und Sie das Produkt wirklich testen können, und wenn es Ihnen aus irgendeinem Grund nicht gefällt, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Damit das Produkt funktioniert, müssen Sie die Behandlung auch ernst nehmen, sonst sehen Sie keine großartigen Ergebnisse und Sie werden tatsächlich ein wenig frustriert. Eine Kapsel sollte täglich eingenommen werden. Am besten gleich beim Frühstück. Und es ist wichtig, dass Sie eine Behandlung für mindestens drei Monate der Anwendung durchführen. Sie können bereits im ersten Monat der Anwendung erste Ergebnisse sehen, aber die meisten Menschen sehen nach drei Monaten der Anwendung dieses Produkts bessere Ergebnisse. Wichtig für Sie ist auch zu wissen, dass Diätolin völlig natürlich ist und keine Nebenwirkungen hat. Wenn Sie daran denken, es zu verwenden, können Sie es ohne Angst verwenden, da ich sicher bin, dass Sie damit ein gutes Ergebnis erzielen werden. Seien Sie nur vorsichtig auf der Website, auf der Sie es kaufen möchten, damit Sie nicht mit gefälschten Produkten Ihrer Gesundheit schaden. Um Ihnen zu helfen, habe ich hier in der Beschreibung dieses Videos die offizielle Website von Diätolin hinterlassen, mit einer Garantie, dass Sie darauf zugreifen können. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesen Informationen geholfen. Tschüss!